Hallo und herzlich Willkommen zu Resident Evil 2, das Remake. Ja, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren mit Claire stehen geblieben. Und ich darf den Timer nicht vergessen, ja, bestätigen. Und zwar gehen wir jetzt auf Fortsetzen. Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Leider, weiß ich es nicht. Ich bin gerade am überlegen, weil das ist jetzt die vierte Aufnahme heute. Ach, hier waren wir. Okay. Ja, ich habe auch nicht so viel Platz wieder, ne? Ähm, kann ich Karte aufmachen? Ja. Und hier ist noch was. Irgendetwas ist hier noch. Ähm, ja, hier ist der Lichtschalter, genau. So. Und wir sind noch nicht fertig, daher Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Okay. Und wir haben, ach, ein rotes Kraut, herrlich. Und kann man das, können wir das hier kombinieren? Und ich frage mich gerade, warum wir zwei, ach, Leute. Ja, okay, hier ist, ähm, ja. Hm, hier ist der Filmraum. Aber der ist jetzt weiß. Ähm. Wir haben das, er, den Erste Hilfe. Hm. Na komm. Verstauen. Rotieren. Wir verstauen das mal. Ja, wo gehen wir als erstes wieder? Wir müssen wieder, ähm. Das ist gerade richtig. Scheiße. Okay, du bist da, du machst nichts. Wir gehen jetzt mal nach oben. Oh, Munition, yay. Kann ich auch direkt nachladen? Yay. Und, ja, wir gucken uns hier erstmal auf dieser Etage an. Ähm, um. Natürlich. Um. Nicht an. Ja. Ach, du Scheiße. Oh, verdammt. Ja, ähm. Toll. Ja, weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Wofür brauchen wir die jetzt? Weil der ist leer. Oh, ein tragbarer Tresor. Ähm. Ich frag mich mal gerade, warum wir zwei. Okay, Moment. Zwei Medaillons finden. Nein. Nein. Den Moment. Da. Da. Nein. Da. Da. Nein. Nein. Moment, nein, ich muss, okay, das, das, nein, das, das, da, okay, Moment, ich muss mal eine neue Seite nennen. Wir haben links, zwei, zwei, vier, fünf, sechs, vier, sieben, acht, okay. So, wir fangen bitte eins an. Eins ist, ich schreibe mal das gerade auf, ich mache jetzt nur einen kleinen Kuchen, sieben, acht, vier, sieben, acht, okay. Und zwar, das vier, eins. Nein. Oben ist die fünf. Da ist die sieben. Da ist, das war die, ach so, Moment, daneben. Hier war die sechs, neben der fünf ist die sechs. Die drei ist da drunter. Die vier ist daneben. Eins, nein, eins ist acht. Ist da oben. Ups. Ist oben. Eins. Sieben. Sieben. Okay, Moment. Sieben. Ich glaube, Moment. Jetzt. Wir machen. Ich mache das jetzt in der Mitte einen Kreis. Wir haben jetzt in der Mitte einen Kreis. Wir haben da. Hier. 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 Hier, hier. Na, jetzt haben wir noch zwei. Also wir haben jetzt die, ja, jetzt habe ich den Fahnen verloren, die zwei und dann die acht. So, und Panzerknacker haben wir. Oh, ein Ersatzteil. Perfekt. Ich glaube, ich weiß, wofür wir das brauchen im Moment. Anleitung für tragbare Tresore. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Ja, danke. Ja, danke. Leute. Ah, kommt so nicht rein, ne? Ich glaube, ich muss wieder zurück. Oder weißt du, wisst ihr was? Ich schaue mich hier erstmal hier um. Hier ist nämlich noch ein rotes Kraut. Jetzt gehen wir mal wieder runter. Och, nö. Angsthaft. Nein, voll daneben. Nein, daneben. Siehst du? Du bist nicht tot. Du lebst noch. Jetzt ist er tot. Ja, sie bleibt ja da drinnen. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Nein, natürlich nicht. Das hier verstauen wir auch mal. Und natürlich... Rotieren mit Tab. So. Ein rotes Kraut würde ich gerne drinnen lassen. Lass mich. Ist am nerven. Ähm. Ja. Ach ja, stimmt ja. Da können wir ja nichts machen, ne? Weil wir da was brauchen. Und wir brauchen einen Code. Wo noch? Hier ein. Ähm, ja. Munition. Immer gut. Ähm. Ich habe auch bis jetzt keiner... Hier stinkt was. Ah, okay. Ähm. Da ist noch was. Ähm. Ich knack den ja. Versuch den jetzt... ...einfach mal so zu knacken. Weil Wir machen Warte mal, was haben wir Wir haben Moment, ich muss nochmal Neu machen Wir haben als erstes B F, E Und M Gut Dann gehen wir auf M Und machen hier weiter So Dann machen wir D Ja Dann gehen wir auf K Auf P Und auf O Und jetzt Wieder auf M Dann fangen wir mit A an Ich gehe dann wieder auf M Auf L Auf K Auf K Ja Weil ich habe keine Lust Jetzt hier Großartig zu suchen Nach dem Film Film Rollen So Auf O So Dann gehen wir auf S Boah Boah, dieses Knarzen Ne Das macht nicht Ich glaube Wir sind einmal durch So Natürlich wieder auf M Und Dann Dann auf L. Auf K. Entschuldigung, aber ich könnte es auch einfacher machen, ich habe es auch gelesen, es gibt auch diese Farbrollen. So, hier. Echo. So, nee, Moment. Am besten nehmen wir bei C. Okay. Ist immer besser, finde ich, weil man braucht dann keine. Klar, ich könnte es mir jetzt einfacher machen. Ich will ein bisschen schneller machen, weil ich habe ein ganz komisches Gefühl. Achso, Moment. Bei C fangen wir jetzt so, und da waren wir. Dann kommt D. Okay. 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 So. So. Dann M. So. 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 M. So. 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 haben wir auch so dass dann gehe billig später rein ja was mache ich denn jetzt ich würde gerne wisst ihr was ich gehe zurück legt was ab und kommt gleich hier wieder so habe ich mich jetzt erschrocken ja ich muss jetzt erst mal wieder was in die truhe schieben das hört sich auch an ich muss erst mal was in die truhe schieben ja verstauen ja im moment sage ich selbst oft nein natürlich auch natürlich gehen wir wieder da oben zurück ich möchte nicht da weiter umschauen wie gesagt ich gucke mir jetzt systematisch ach so ok können wir damit auch mal gleich machen wenn wir schon mal hier sind dann machen wir mit k auch ernsthaft darf ich jetzt schon wieder runter rennen und somit ist der raum jetzt darf ich erst mal was ist das ich hätte noch eine treppe hoch gehen müssen leider habe ich natürlich wieder vergeigt wie immer die klappe macht mich in ruhe jedoch ein klär und natürlich verstauen wir das ganz ehrlich natürlich werde ich jetzt weiter spielen ich saß jetzt sehr lange da dran um ein schloss zu knacken was wäre ich für jemand für eine die jetzt sofort aufhört und sagt bis zum nächsten mal nein natürlich nicht hier war alles mal weil ich will in diesen raum hier rein und mir dieses verdammte brett holen was ich höchstwahrscheinlich kann ja wie gesagt ich habe es wirklich auf leicht stehen von daher ist mir das gerade einfacher finde ich aber nicht ich habe es versucht durch wollte nur wissen ob ich da die in der kiste kaputt machen könnte da gehe ich gleich rein weil ich will mich hier ein bisschen seht ihr eine gürteltasche hey und wir haben ein neuer und mehrere plätze juhu seht ihr anonyme notizen diese konzern wichser haben mir den geldhahn abgedreht und das nach allem was ich für sie getan habe aber wenn es unbedingt sein muss werde ich mir noch etwas spaß gönnen während die welt den bach runter geht ich habe die dreckschweine in einen mit c4 präparierten stahlpferch gesperrt muss sie nur noch zünden dann war es das mit denen aber wenn es zu schnell geht macht es keinen spaß vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten spinner ein kleines spielchen veranstalten ja vielleicht gebe ich ihnen ein kleines spielzeug und sagt ihm töte deinen nachbarn dann verschone ich den rest was er was er wohl und dann wohl macht du schreist was von gerechtigkeit und stolz aber wie oft hast du dich bitte mir deinem zau gesetzten schon widersetzt ja du warst so ein guter bulle so gut dass du sterben musstest man bringt das man bringt das spaß gilt nur noch musik okay dieser typ ist krank und wir haben hier noch ein brett ach so nein da ist dieses genau die durch c4 was wir brauchen munition man kann nicht genug kriegen so und dann gehen wir mal hier rein wie schnell kannst du herkommen ich möchte dir was zeigen ist richtig okay denn auf dem weg jetzt 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 haben scherz ach du auch noch bist du hässlich und dann wundere ich mich das ist eine frau glaube ich ja natürlich gehe ich hier erst mal verdammt hab ich dieser arschloch alter schwede noch welche irgendwelche überraschungen bitte dann bitte jetzt und nicht später okay warte was hast du da ein messer schon wieder ich brauche ich die denn alle ein rotes buch okay untersuchen wir das mal eben tut mir leid leute wird mir richtig leid das ist nicht das ist die einhornstatue moment jetzt muss ich einmal notizbuch genau ach leute was mache ich denn da einhorn fisch skorpion moment und wasser ja ok hier ist eine karte hier in der bibliothek ist noch was ja da muss gucken da ist noch ein flin die spiel war und somit habe ich nicht mehr ein speicherraum wäre jetzt fantastisch moment boah alter schwede verdammte scheiße ne da komme ich nicht hin da komme ich nur rüber wenn ich da ach so ich bin wieder hier also das heißt doch wieder zurück und dann werde ich speichern erst mal ja erst mal aber vorher ja ja tun wir dieses messer weg dann holen wir uns das schießpulver herausnehmen kann ich auch nicht mehr kann ich nicht mittag dann werden wir kombinieren kombinieren und dann haben wir somit wieder platz leute und ich werde speichern wir werden beim nächsten mal seite machen versprochen und ich wünsche euch alles alles gute bleibt gesund und abonniert doch meinen kanal wenn es euch gefällt ich würde mich aber auch so über ein abo freuen oder mehrere abos und unterstützt mich doch und wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder heißt ja wenn es wieder heißt resident sind evil ja mal leute das war's für heute erstmal und wir sehen uns beim nächsten mal wieder auf wiedersehen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder auf Wiedersehen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder auf Wiedersehen